Hallo und herzlich willkommen wieder zu unserer Tippsendung von 1x2.com mit mir, Alexander Kaiser, wieder mit den Tipps zum Wochenende. Am Samstag habe ich für Sie Sans Clou ausgearbeitet. Da haben wir ein Listen- und ein Gruppe-1-Rennen und am Sonntag gehen wir nach Galopp, Deutschland, denn da sind noch die letzten Grupperennen des Jahres am Ablauf. Hier springen wir gleich mal rein ins Programm am Samstag nach Sans Clou und zwar in das Listen-Rennen in dem Prix Solitude, das Rennen für die Stuten. 2000 Meter ist die Distanz und es gibt 55.000 Euro für alle zu verdienen. Ja, ein offenes Rennen hier, was ich gleich gesehen habe, ist, dass Olivier Pellier verpflichtet wurde für Saravi, das Pferd, das ja deutsch gezogen ist. Ja, letztes Mal stand Saravi ganz, ganz niedrig, aber das war eigentlich fast schon eine Enttäuschung, der dritte Platz. Davor eine gute Platzierung erreicht, hat natürlich Klasse hier, aber wenn der Besitzer hier Olivier Pellier draufsetzt, dann wollen die natürlich gewinnen. Also dieses Pferd unbedingt in den Sieg- und Zweierwetten mit beachten. Aber es gibt natürlich Opposition. Einmal natürlich das Sommillon-Pferd und zwar ist das Mandalayah. Das Pferd kommt aus einem Kurs-G-Rennen. Dass das geht, vom G ins Listen-Rennen, das glaube ich dann doch nicht, dass es so eine Wunderstute ist. Dafür waren die zuvor gezeigten Leistungen einfach zu schwach. Wer noch ganz gefährlich ist, ist No Wind, No Rain. Da gibt es immer sehr, sehr wenig Geld, denn da wetten die Wetter sehr, sehr stark immer auf das Pferd von den Nikolai, dem guten Trainer. Letztes Mal aber nur ein fünfter Platz, davor einen Fehlerplatz. So richtig durchziehen tut das Pferd dann aber doch nicht. Für mich geht der Sieg hier nach England. Und zwar ist das Secret Pursuit das Pferd hier von Tregoning. Das Pferd letztes Mal in Eskett, 23. gewesen. Ja, die Form ist zu streichen. Da hat der Reiter die Hände runtergenommen. Das war gar nichts. Das war aber viel, viel zu schwer, dieses Rennen. Davor ein fünfter Platz, aber danach. Ja, besser gesagt, davor in Chester, der zweite Platz. Der war sehr, sehr stark gegen ein tolles Pferd. Da hat ja Secret Pursuit eine super Leistung gezeigt und das sollte hier doch ausreichen. Das Feld ist nicht übermäßig gut besetzt und deswegen Secret Pursuit im Pre-Solitude am Samstag in St. Clou. Und dann geht es zum absoluten Hauptereignis an diesem Wochenende bei den Galoppern auf der flachen und zwar in das Kriterium des St. Clou. Da sind sechs Pferde stehen geblieben in diesem Gruppe-1-Rennen über 2000 Meter. Ja, das Rennen ist natürlich für zweijährige Pferde. Das wissen sie ja. Und zwei Pferde sind stark favorisiert. Und zwar sind das zwei Franzosen, die aber englisch gezogen sind. Und zwar Epicurus und der gute Big Blue. Ja, Epicurus war ganz klar vor Big Blue letztes Mal. Also, dass Big Blue die Form umdreht, das glaube ich dann doch nicht. Zwei Starts, zwei Siege. Trainerin ist absolut in Topform. Territolier ist wieder drauf und das Pferd ist natürlich der Favorit. Ein deutsches Pferd ist hier noch drin. Amerikanisch gezogen. Palang tritt schon mit Troy Klappen an. Ja, letztes Mal, das war ein Kampfsieg gegen ein starkes Pferd, gegen Nightflower. Aber da muss die Leistung doch wirklich stärker werden. Ich glaube, der läuft hier nur mal mit und der olympische Gedanke zählt. Aber er soll mich eines besseren Billion. Für mich geht der Sieg auch diesmal über, ja, ein englisches, schräg sich irisches Pferd. Und zwar ist das Clonet Street hier. Und das ist der gute irische Besitzer. Magnus, der hat ja eine Unmengen von Pferden in seinem Stall. Das Pferd zweimal gelaufen, einmal ganz zu hohen Orts gewonnen, danach ein zweiter Platz. Zu keinem geringeren als Old Man River. Ja, und dieser Old Man River, der gewann mit zweieinhalb Längen. Der gute Clonfort Street, der kam noch dran. Aber dieser Old Man River nach dieser Form ist avanciert zum zweiten Favoriten des Derbys in England. Also, das war schon wirklich ein gutes Pferd, das er dort getroffen hat. Ich habe mir das Rennen noch mal genauestens angesehen. Es ist ein sehr großrahmiges Pferd. Dieser Clonfort Street, ein richtiges Muskelpaket, kann man wirklich sagen. Crafty Choice ist hier noch drin, von dem Hennenstall. Der hat Chris aus Ormillon verpflichtet. Der hat die letzten vier Rennen gewonnen. Das waren aber kleinere Rennen und das war immer über den Kampf. Und das hier, das ist doch eine ganz andere, eine ganz andere Hausnummer als die letzten vier Starts. Für mich geht der Sieg nach Irland. Und zwar nach, zu, ja, dem guten Martin-Trainer ist das hier. Und zwar ist das Clonfort Street hier. Zwei Starts einmal gewonnen, einmal zu einem Vollbomber Zweiter gewesen. Das reicht für mich aus, um dieses Rennen zu gewinnen. Also Clonfort Street im Kriterium von Saint-Cloud am Samstag. Und dann geht es weiter zum Sonntag nach Krefeld. Wirklich tolle Rennen an diesem Wochenende. Marcel war ja unter der Woche das Wintermeeting. Das geht ja so langsam los. Da werde ich natürlich in den nächsten Wochen viele Tipps für Sie parat haben. Wir springen rein ins Herzog-von-Rattibor-Rennen. Das Gruppe-3-Rennen wieder für die Zweijährigen. 1700 Meter ist die Distanz. Tolle Pferde sind hier genannt. Liberty Gold. Letztes Mal in Baden-Baden mit 17 Längen gewonnen. Der Zweite danach hat das Rennen aber nicht aufgewertet. Aber mehr als Gewinn mit 17 Längen, das kann man natürlich nicht. Martin Harley sitzt drauf für den Vater. Also das Pferd hier natürlich einer der Favoriten. Ayalo, auch ein tolles Pferd, hat gewonnen in Frankreich. Diese Form wurde aber aufgewertet. Also das Pferd schätzt sich dann doch ein bisschen stärker ein als den guten Liberty Gold. Aber mit 17 Längen, das ist schon wirklich eine Hausnummer. Lovato auch stark gelaufen. Letztes Mal gegen Big Blue. Da können Sie mal schauen, wie Big Blue am Samstag läuft. Wenn der wirklich stark läuft, dann hat Solvato natürlich eine doppelte Chance. Das gute Pferd hier von Peter Schürgen. Ich gehe aber mit dem Augenquäler und zwar Molly Leclou. Dem verzeihe ich das letzte Laufen. Ja, da war die Post schon abgefahren, bevor er überhaupt anzog. Ein bisschen verbummelt wurde das Rennen. Jetzt sitzt der gute Mitchell drauf. Der hat ja schon einige gute Ritte gezeigt und auch einige Siegerungen. Also der Mann hat durchaus Talent. Und Molly Leclou ist ja schon einer so der Derby-Favoriten, so unter der Top 5. Und für mich, dem verzeihe ich mal, das letzte Rennen. Und für mich kann der hier gewinnen, denn das Feld hat die meiste Erfahrung. Also Molly Leclou gewinnt für mich das zweijährige Rennen am Sonntag in Krefeld. Und dann habe ich noch ein Rennen für sie ausgearbeitet. Und zwar den Niederrhein-Pokal. Das Gruppe 3-Rennen. Das nächste Gruppe 3 für dreijährige und ältere Pferde über 2050 Meter. Ein offenes Rennen. Das muss man wirklich sagen. Diamond Duff, die Stute mit Eduardo Pedrosa, wird wohl die Favoritin werden. Letztes Mal in Sandor und untergegangen als Sechste. Davor Zweiter in der Diana. Ja, und in Sandor, da ging es wieder zurück mit der Distanz auf die 1600 Meter. Das hat ja so gar nicht richtig geschmeckt. Aber wenn man mal wirklich die Pferde dort rausliest aus diesem Rennen, das waren wirklich tolle Pferde. Der Erste und der Zweite sind beide danach in Gruppe 1 Rennen toll gelaufen. Also, die lief schon gegen ganz gute Pferde in Sandor. Und das muss man wirklich sagen. Viv Monsieur war auch mal in Gruppe 1 zu Hause. Aber die Formen sind nicht mehr so aussagekräftig. Genauso wie Abendwind. Zweimal letzter jetzt. Also, da wird natürlich sehr viel Geld drauf sein, wie jedes Mal auf Abendwind. Aber ich glaube, das dann doch nicht. Für mich ist Kerosin das Fragezeichen diesem Rennen. Ist ja verkauft worden aus dem Schlenderhanner Stall zum Stall Australier. Da sitzt jetzt Philipp Minnerig drauf. Mal wieder. JP Cavallo ist noch der Trainer. Da bin ich ganz gespannt. Da ist nämlich sehr, sehr viel Geld unterwegs. Und vielleicht kann man da noch einen guten Festkurs schnappen. Aber für mich. Der Sieg geht über Diamond Duff. Sie hat die höchste Klasse. Wenn sie den Start aus Sandor verkraftet hat, dann sollte sie das Rennen jedoch packen. Gibt auch noch eine gute Quote. Aber wie gesagt, Kerosin ist das Fragezeichen. Also, Diamond Duff hier im Niederrhein-Pokal am Sonntag in Krefeld ist mein Tipp an Sie. Ja, das war es schon wieder mit unserer Tippsendung. Ich bin Alexander Kaiser. Ich wünsche Ihnen ganz viel Glück beim Anlegen Ihrer Wetten an diesem Wochenende. Bis dahin machen Sie es gut. Tschüss.